Forge Bowl-Strategie in Forge of Empires Inzwischen hat InnoGames das Design des Events angepasst und durch die Balancing-Änderungen vom 20. Dezember 2018 ist es sehr viel einfacher geworden, den Colossus auf die maximale Stufe zu bringen, wenn man das Event vollständig durchspielt und jeden Tag einloggt. Dazu wurden die Quest-Belohnungen verbessert und bereits ab der Bronze-Liga wird es ein Colossus-Upgrade geben. Es wird also wichtig sein, das Event zumindest in der Bronze-Liga zu beenden. Wenn man sich die Eigenschaften der einzelnen Spieler ansieht, dann stellt man fest, dass der Quotient aus Bällen und Yards bei allen fast gleich ist. Das heißt im Klartext, für den Erhalt der Upgrades ist es völlig egal, für welchen Spieler man sich entscheidet. Dennoch sollte man den Spieler bei jedem Zug sorgfältig wählen, denn die Chancen, den Tagespreis zu bekommen, variieren ganz erheblich. Man dividiert jeweils die Chance auf den Tagespreis durch die Anzahl der dafür erforderlichen Bälle und wählt dann den Spieler mit dem besten Quotienten. Auf diese Weise bekommt man die meisten Tagespreise. Wenn man nun an den Tagen spielt, an denen es wirklich interessante Tagespreise gibt, dann kann man neben dem Hauptpreis auch noch eine ganze Reihe wirklich interessanter Tagespreise erhalten, wie hier beispielsweise das erste Gebäude des klassizistischen Gartensets. Schauen wir uns das Ganze einmal genauer an. Ein erster Blick auf die jeweils drei Spieler verrät die erforderliche Anzahl der Bälle und die Chance auf den Tagespreis. Den Quotienten habe ich jeweils eingeblendet. Ich entscheide mich konsequent für den Spieler mit dem jeweils höchsten Quotienten und bekomme rasch auch das zweite Gebäude des klassizistischen Gartensets. Um zu zeigen, dass es jetzt kein glücklicher Zufall war, direkt noch einmal an einem dritten Tag, denn das Set besteht ja aus drei Teilen und natürlich möchte ich alle drei Teile haben. Selbst wenn manchmal nur Spieler mit bescheidenen Chancen zur Verfügung stehen, so kann man aus diesen dennoch den relativ besten wählen. Folgt man dieser Strategie, so ist die Chance am größten, den Tagespreis rasch zu bekommen. Am Ende habe ich dann mein klassizistisches Gartenset komplett. Die drei Setgebäude wurden auf dem Beta-Server übrigens jeweils zweimal angeboten und ich habe mir ein Set geholt. Man würde sogar problemlos zwei schaffen. Am Ende habe ich dann alle verbliebenen Bälle eingesetzt, als es Schreine des Wissens gab. Für diejenigen, die am Ende nicht sicher in der Bronzeliga enden, empfiehlt es sich, zumindest einige wenige Diamanten einzusetzen. Das müssen nicht einmal so viele sein, dass ein weiterer Hauptpreis erreicht werden kann. Es geht nur darum, zu den besten 25 Prozent, also zur Bronzeliga zu gehören. Und das wird wahrscheinlich einige wenige Diamanten, beispielsweise aus der Gildenexpedition, erfordern. Wir dürfen uns also alle auf einen Kolossus-Stufe 10 plus viele hilfreiche Tagespreise freuen.